Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video, was von euch zum European Cyber Security Month gewünscht wurde. Und zwar, ja, es geht heute alles um Passwortmanager. Das heißt, wir wollen heute klären, warum sollte man Passwortmanager benutzen und welchen Passwortmanager benutze ich eigentlich immer persönlich. So, wir wollen auch natürlich klären, warum benutze ich diesen Passwortmanager und warum benutze ich keinen anderen. Es gibt nämlich zig verschiedene Passwortmanager und das ist sogar noch untertrieben. Es gibt sogar zig verschiedene Arten von Passwortmanagern, das ist eher die Wahrheit, ja. Und wir wollen zunächst mal klären, was für einen Passwortmanager, beziehungsweise warum sollte man einen Passwortmanager verwenden. So, zunächst einmal, eure Passwörter sollten, also wir wissen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter und so fort, dazu kommen wir das nächste Mal. Manche Webseiten unterstützen keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, deswegen, ja, ihr solltet für jede Webseite ein eigenes Passwort haben. Denn nur dann könnt ihr gewährleisten, wenn eine Webseite missbaut und gehackt wird, dass euer Passwort nicht an anderen Webseiten auch verwendet werden kann. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ja. Nehmen wir an, Google wird, okay, Google zu hacken ist unrealistisch. Nehmen wir an, League of Legends wird wieder mal gehackt. Die wurden nämlich schon mal gehackt und da wurde auch mein Passwort damals veröffentlicht. Das ist mir aufgefallen im Nachhinein. Zum Glück benutze ich Passwörter, wie gesagt, nicht mehrfach. Denn nehmen wir jetzt mal an, ich hätte mein League of Legends Passwort damals auch für Google verwendet und hätte dieselbe E-Mail-Adresse als Backup-E-Mail-Adresse verwendet oder hätte sogar meine Google E-Mail-Adresse bei League of Legends damals verwendet. So, dann wäre es jetzt so gewesen, der Hacker hätte einfach diese beiden Login-Credentials, also meine E-Mail-Adresse und mein Passwort einfach bei Google nehmen können und sich da als mich einloggen können. So, damals war die Google Security noch nicht so insane wie heute. Heute ist einfach nur insane krass. Damals war es noch nicht so, dass überprüft würde, von wo man sich einloggt, aber selbst das kann man umgehen, wenn man ein Proxy oder sowas verwendet. So, sprich, was muss man machen? Natürlich für jeden Dienst ein separates Passwort. Das ist so ziemlich die Grundregel von der IT Security für Privatleute, okay? So, und dementsprechend braucht man natürlich sehr viel Speicher im Gehirn, den manche wahrscheinlich nicht haben. Deswegen werden sie wahrscheinlich dasselbe Passwort nehmen und einfach nur eine Ziffer oder ein Buchstabe oder sowas ändern. Und ja, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann ist es Zeit, was zu ändern. Und deswegen sollte man eigentlich für jeden Dienst ein schweres, zufälliges Passwort wählen. So, ich nutze ganz gerne Zufallsgeneratoren. Das ist jetzt ein bisschen zu deep hier. Aber es gibt auch bei meinem Keystore quasi eine Möglichkeit, sich Passwörter generieren zu lassen. Und mittlerweile hat eigentlich auch Google bzw. Chrome immer eine Funktion, wo man sich Passwörter zufällig und sicher generieren lassen kann. Denn die sollten groß sein, sie sollten lang sein, sie sollten nicht irgendwelche natürlichen Zahlen oder, äh, natürliche Zahlen schon, aber nicht irgendwelche natürlichen Wörter oder sowas in Kombination beinhalten. Denn sowas kann man relativ leicht cracken. Dazu gibt es übrigens eine ganze Playliste, die ihr euch gerne mal einverleiben könnt, wenn ihr Bock habt. So, das heißt die Grundregel ist, jeder Dienst ein eigenes Passwort, jeder Dienst am besten 24 Zeichen, komplett zufällig, nicht menschenmerkbar und dementsprechend kann man sich sowas nicht merken. So, jetzt gehen viele hin und schreiben sich das als Notizzettel an die Hand. Ihr merkt, das ist schlecht, oder? Okay, dann gibt es viele Menschen, die schreiben sich das in eine, äh, in eine Datei. Ja, ihr merkt, das ist auch nicht gerade sicher, denn diese Datei, naja, die muss ich irgendwo backupen und dann ist die natürlich meistens in der Cloud oder sowas irgendwie und da kann eigentlich jeder lesen, was ich da für Passwörter habe. Das heißt, das ist auch keine Lösung. Dann gibt es natürlich noch die Leute, die kein Backup haben, auch nicht die beste Idee, denn wenn das dann weg ist, dann können wir unsere ganzen Passwörter, sind dann auch weg, dann haben wir ein Problem. Also, was bleibt als Lösung? Naja, am besten eine zentrale Verwaltung von allen Passwörtern und das sind die Passwortmanager. So, und ja, dementsprechend, ähm, empfehle ich eigentlich jedem einen Passwortmanager, denn da muss man sich die ganzen Dinger nicht mehr merken und die Dinger haben, also die Passwortmanager haben nochmal zusätzlich richtig coole Funktionen, wie zum Beispiel ein Autotype, ähm, sie können synchronisieren zwischen verschiedenen Benutzern, ihr könnt sie backupen, ohne irgendwie Angst zu haben und so weiter und so fort. Also, es ist schon relativ cool. So, jetzt zu meiner Lösung. Warum benutze ich das, was ich benutze? Nun, ich benutze KeyPass, ähm, ich kann euch natürlich jetzt hier nicht das Ding zeigen, ich werde es euch gleich zeigen in einer virtuellen Maschine, das heißt, es ist nicht meine eigentliche KeyPass-Installation natürlich, aber, ähm, KeyPass ist eine Software, die wirklich für jedes System implementiert ist. Und es gibt eine Java-Library, die dafür verantwortlich ist, ähm, das ist was sehr, sehr Gutes, aber es sind sogar so Systeme wie Blackberry 10 und Windows Phone drunter, ja, also es ist wirklich für jedes System, natürlich für Android, iPhone, Linux, Mac und Windows, alles kein Problem. So, und ja, es ist eigentlich relativ einfach zu benutzen, sieht nicht ganz so anschaulich aus, wie man das jetzt teilweise von moderner Software erwarten würde, aber es ist eigentlich ganz okayisch und, ähm, ist natürlich genau das, was man braucht, ein Passwortmanager. Und den wollen wir uns jetzt mal ganz kurz angucken. Es gibt noch zig andere Passwortmanager, okay, ähm, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, den, den ihr benutzt, falls ihr einen anderen benutzt und warum ihr den benutzt vor allem, dann mache ich gerne auch nochmal ein zweites Video mit irgendwie den Top 10 Passwortmanagern. Ähm, KeyPass ist allerdings von mir gewählt worden, damals, weil es eben nicht Cloud-basiert ist, das heißt, die Passwörter liegen nicht in der Cloud, also niemand anders hat sie quasi, ähm, das heißt, sie werden wirklich nur lokal für euch gespeichert und es ist Open-Source, das heißt, jeder kann den Quellcode lesen, sprich, dementsprechend ist nichts irgendwie drin, wie sendet die Passwörter an Microsoft oder Google oder sonst irgendwen, das heißt, das ist relativ sicher. Es gibt natürlich auch Cloud-Passwort-Saves, ähm, zum Beispiel Google, da könnt ihr natürlich auch eure ganzen Passwörter speichern, das hat seine angenehmen Vorteile, dass natürlich in eurem Google-Konto die ganzen Passwörter drin sind, ähm, aber es ist natürlich immer so ein bisschen, hm, dann hat Google meine Passwörter, möchte man das oder möchte man das nicht. Wenn ihr Google vertraut, könnt ihr das auch durchaus machen, ähm, das bleibt jedem selbst überlassen. Meine Lösung ist halt wirklich lokal, aber dadurch natürlich auch nicht ganz so komfortabel, sprich, wenn ich meine Passwörter synchronisieren möchte, das werden wir auch gleich noch uns angucken, zwischen PC und Handy, dann muss ich halt wirklich, äh, meine Passwörter exportieren, in eine Datenbank rein speichern sozusagen, beziehungsweise die Datenbank nehmen und dann irgendwie in einen Dropbox-Ordner oder in einen Google Drive-Ordner oder sowas reinpacken. Das wiederum ist nicht dasselbe, wie wenn ihr die Passwörter direkt bei Google speichert, denn die Datenbank von KeePass ist natürlich verschlüsselt, ja, die ist mit AES verschlüsselt, das ist der State-of-the-Art, ähm, Verschlüsselungsalgorithmus, der symmetrische und der ist wirklich sicher, also den kann nicht mal Google brute forcen oder knacken. Das heißt, das ist absolut sicher, ähm, und ihr könnt die Datenbank dann zwischen Geräten hin und her schieben, ihr könnt die Datenbank in die Cloud reinpacken, alles kein Problem, das ist absolut safe. Aber natürlich müsst ihr KeePass noch irgendwie separat absichern, sprich, ihr müsst noch irgendwie mit einem Passwort KeePass sichern und das ist natürlich dann wieder, wie soll man sich das merken, dazu wie gesagt, bald in Kürze ein Video und ja. Ja, jetzt schauen wir uns KeePass kurz an, ich wünsche viel Spaß. So, meine Lieben, ja, ähm, ihr findet auf KeePass.info findet ihr eigentlich alles, was ihr soweit braucht. Also hier gibt's quasi neueste News, ähm, News sind immer neu, ich weiß, ähm, Features, Screenshots und so weiter und so fort. Was ihr wollt, ist natürlich der Download, ja, ihr könnt das Ganze installieren. Ich würde euch eigentlich immer die Version 2 empfehlen, ihr könnt natürlich das Ganze auch vergleichen, hier unter dem Comparison Table. Ähm, ihr findet hier eben, was die Version 2 unterstützt und was Version 1 nicht unterstützt. Allerdings, wenn ihr mal Version 1 gehabt habt, die Datenbanken sind nicht kompatibel. Aber wie gesagt, ich würde euch hier Version 2 einfach empfehlen, einfach hier runterladen. In unserem Fall werden wir das Ganze jetzt auf Windows machen, ähm, was für meine Zuschauer teilweise vielleicht ein bisschen seltsam sein könnte, aber ich bin der Meinung, dass die meisten, oder zumindest sagt mir YouTube das, dass die meisten hier, ähm, tatsächlich auch Windows verwenden. Aber wie gesagt, ihr findet alle Versionen, die ihr braucht, hier. Das heißt, wir haben hier erstmal den Installer für Windows natürlich, wir haben das Portable für Windows, das werden wir benutzen. Denn installiert habe ich das Ganze schon und ich will euch, wie gesagt, nicht meine Passwörter alle zeigen. Ähm, wir finden hier KeyPassDroid für Android zum Beispiel oder KeyPassToAndroid, etc., etc. Ähm, und wir finden hier unten auch die ganzen anderen Implementierungen. Für Linux empfehle ich definitiv KeyPassXC. KeyPassX wird nicht mehr weiterentwickelt. Also bitte benutzt KeyPassXC dazu. Ähm, ihr findet das Ganze auf der offiziellen Webseite von denen unter keypassxc.org. Gibt's auch für Windows, kann man dafür auch verwenden. So, wenn ihr euch das jetzt runtergeladen habt, hier, also wie gesagt, das könnt ihr auch verwenden, natürlich unter Linux. Ähm, aber ja, wir wollen das Ganze hier jetzt mal unter Windows runterladen. Das heißt, hier einmal die Portable-Version runterladen oder die Installer-Version und die dann installieren. Und bei der Portable-Version findet ihr hier diesen Ordner keypass.exe. Wenn ihr das öffnet, dann landet ihr direkt bei diesem wunderschönen Fenster und habt natürlich noch überhaupt keine Passwörter hier drin. So, das heißt, wir machen hier erstmal ein File New. Das heißt, eine neue Datenbank für diese Passwörter hier. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ihr euch merkt, wo ihr das ganze Ding speichert. Denn ohne die Datenbank seid ihr alle eure Passwörter los. Das heißt, bitte das Ding regelmäßig in eure Backups reinpacken, ansonsten habt ihr ein Problem. So, einmal hier auf OK klicken und dann können wir auswählen, wo das Ganze hin soll. Ihr seht, ich bin auch gelegentlich mal ein Gamer. Das findet ihr zum Beispiel auch bei mir auf YouTube gelegentlich, also auf dem Vlog-Kanal hauptsächlich. Wobei da dann eigentlich eher Analysen. So, ich speichere das ganze Ding jetzt hier mal unter database.kdbx und das ist eine Key-Database-BX, weiß ich nicht genau, für was das steht. Könnt ihr mir gerne sagen in den Kommentaren. Und ja, jetzt müssen wir hier ein Passwort angeben. Ich mache jetzt hier natürlich ein schwaches Passwort, 1234 und wir sehen hier die Estimated Quality. Die ist absolut katastrophal. Ihr seht hier, wie gut eure Passwörter eigentlich sind. Das sind die Entropie-Bits. Das heißt, je nachdem, wie viele Entropie-Bits ihr habt, umso länger geht es natürlich um das Ganze zu bruteforcen. 5 Bits bedeutet ein Aufwand von 2 hoch 5 Rechenoperationen. Ihr könnt es gerne mal ausrechnen, das ist definitiv nicht viel. Das wären 32 Rechenoperationen und ja, das hat man natürlich innerhalb von ein paar Minuten fertig. Jetzt machen wir noch ein ASDF hinten dran. Ist auch wieder relativ schlecht und ein Quert. Und dann haben wir schon 29 Bits. Empfohlen werden tatsächlich über 100 Bits. Also 128 Bits sind eine gute Qualität. Ich bleibe jetzt hier bei 1234, weil wie gesagt, das hier ist tatsächlich nur für euch. Und ja, ihr seht hier, man kann auch eine Key-File angeben. Darum werden wir uns auch noch kümmern. Wir können auch das Ganze mit dem Windows-User-Account verknüpfen. So, wir müssen das ganze Passwort natürlich repieten, damit wir das hier auch, ja, damit wir auch sicher gehen, dass wir es richtig eingegeben haben. Und wir sehen hier, ja, das ist schwach. Wir klicken hier auf ja. Ihr solltet auf nein klicken. Ihr solltet, wie gesagt, ein starkes Passwort verwenden. Aber das wisst ihr ja schon. So, den Datenbanknamen nennen wir jetzt einfach mal TUT. Genau. Und this is a test account. So, oder Demo-Account, besser gesagt vielleicht. Ja, okay. Und der Default-User-Name ist natürlich hier TUT. Und wir klicken hier auf Security vielleicht noch ganz kurz. Da können wir auch die verschiedenen Sachen einstellen. Das ist allerdings eigentlich ganz gut gewählt hierbei. Aber wir können auch Argon verwenden, wenn ihr das wollt. Argon ist auch sehr, sehr sicher. Aber die Key-Derivation-Function, IS, KDF kann man auch durchaus verwenden. Kompression würde ich euch empfehlen zu verwenden. Dadurch habt ihr ein bisschen weniger Speicher in eurer Datenbank. Recycle Bin ist quasi, wenn ihr was löscht, dass es dann nicht sofort weg ist. Sondern, dass es dann auch kurz drin ist. So, und was toll ist, hier könnt ihr tatsächlich Empfehlungen von KeePass einstellen, dass ihr das Master-Passwort regelmäßig ändern müsst. Also zum Beispiel nach 182 Tagen. Und man muss es dann ändern. Also Recommend ist natürlich nur eine Empfehlung. Force bedeutet, man muss es nach einem Jahr dann ändern. Wobei das nicht unbedingt, naja, nicht unbedingt Zwang ist. Also es gibt bessere Möglichkeiten, als das Passwort regelmäßig zu cyclen. Das ist eigentlich mittlerweile nicht mehr Stand der Technik. So, jetzt das Emergency Sheet. Das ist quasi, wie man das ganze Ding aufmachen kann. Also hier, wenn man alles verloren hat, dann kann man es immer noch wieder ausmachen. Und deswegen steht hier ein Print. Das ist quasi das, wie ihr die ganze Datenbank wiederherstellen könnt. Ohne tatsächlich hier, naja, eure Datenbank, beziehungsweise euer Master-Passwort irgendwo zu haben. Wenn wir jetzt hier auf Print gehen, dann kann ich hier einen Printer auswählen. Ich mache jetzt hier mal PDF, dann könnt ihr euch das angucken. So, das Emergency Sheet ist quasi für euch. Also es wird wirklich ausgedruckt und dann irgendwo hingepackt. Und da kann man dann sehen, wo ist diese Datenbank eigentlich, wo das Backup ist. Also das kann man sich hier quasi aufschreiben. Das sollte man dann wirklich irgendwo abheften, im besten Fall, damit man sich das irgendwie merken kann. Hier schreiben die jetzt das Master-Passwort auf. Wie gesagt, wenn ihr ein starkes Master-Passwort verwendet, ist das wahrscheinlich noch irgendwie die beste Option. Weil höchstwahrscheinlich wird nicht irgendjemand bei euch einbrechen und dann euer KeyPass-Passwort aus irgendeinem Orten rausfischen. Aber es gibt bessere Möglichkeiten dafür, die werden wir uns auch noch angucken. Wie gesagt, freut euch auf das gewisse Video, das wir bald hier machen. Und ja, dann eben im Endeffekt hier noch ein paar Instructions. Aber das ist im Endeffekt euer Emergency Sheet, wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, sozusagen. Das ist nicht schlecht, wenn man sich das ausdruckt. So, und ja, jetzt sehen wir hier Sample Entries 1 und 2. Hier haben wir einmal Username und einmal haben wir Michael321. Und hier haben wir einmal das Passwort, was natürlich nicht angezeigt wird. Wir sehen hier unten auch weitere Informationen darüber. Aber das Passwort ist natürlich nicht da. So, und wenn ich jetzt mir das Passwort anzeigen möchte, beziehungsweise das Passwort kopieren möchte, dann kann ich hier einfach Copy Password machen. Und dann sehen wir, wenn ich das hier einfügen möchte, dann habe ich das direkt in meinem Zwischenspeicher. Also ich mache das nochmal ganz kurz. Hier Copy Password und dann den Editor auf und dann kann ich es posten. Aber, und jetzt der witzige Fun Fact hier, wenn ich es nochmal posten möchte, okay, das funktioniert. Ich kann natürlich hier das Passwort jederzeit irgendwo reinfügen. Und das kann natürlich KeyPass auch für euch machen. Aber das kommt nachher. Wir sehen hier die ganzen Einträge, ja. Also wir haben hier quasi die Database, die Generaldatenbank. Und hier haben wir Unterteilung in General, in Windows, in Network, in Internet, in E-Mail und Home Banking. Und da könnt ihr quasi alle eure Passwörter sozusagen rein speichern. Wir gehen jetzt nochmal hier auf die Database und gehen hier auf einen neuen Entry. Also ihr könnt hier natürlich auch suchen nach verschiedenen Dingen. Und ihr könnt hier zum Beispiel etwas machen. Und hier wird euch tatsächlich zum Beispiel immer ein neues Passwort vorgeschlagen. Also in dem Fall wäre es jetzt hier dieses JKM92, was auch immer. Und das ist quasi ein relativ sicheres Passwort. Es hat nur 109 Bits, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Es ist aber noch nicht perfekt. Also es ist ein gutes Passwort, aber es ist immer noch kein perfektes Passwort nach Standard von BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es geht noch besser, sagen wir mal. Also AES ist noch sicherer. Und jetzt müssen wir hier natürlich einen Title eingeben, also zum Beispiel sowas wie Google. Und dann gehen wir hierher und wählen uns ein Icon aus. Und die Icons sind wirklich alle super, super hässlich. Muss man einfach mal so dazu sagen. Ach, wir nehmen einfach das Standard-Icon. Und ja, hier können wir jetzt noch verschiedene Dinge eingeben. Also zum Beispiel hier weitere Felder mit Werten, die brauchen wir allerdings jetzt in dem Fall nicht. Wir können verschiedene Farben angeben, wir können verschiedene Types eingeben und so weiter. Und so fort braucht man eigentlich nie. Man kann aber hier eine URL angeben. Und das ist gar nicht mal so unwichtig. Das machen wir jetzt mal. Ja, wir sagen hier einfach mal HTTP, S, Doppelpunkt, Slash, Slash, Google.com. Irgendwie sowas. So, und übrigens, ihr könnt hier drüben noch eingeben, wie stark euer Passwort eigentlich sein soll. Das sind dann natürlich allerdings hexadezimale Keys, beziehungsweise verschiedene andere starke Keys. Also wir sehen hier wirklich, die sind wirklich sehr strong, ja. Also die sind sehr, sehr lang. Und der hat jetzt hier zum Beispiel 236-Bits Entropie. Und das ist schon ziemlich geil. So, man kann hier auch ein Expires angeben, das heißt, wie lange das Ding gültig ist. Und jetzt klicke ich hier einfach mal auf OK. Und wir sehen hier, bumm, wir haben unser Passwort hier drin. Jetzt kann ich hier einfach auf Copy Passwort gehen. Und ich habe das komplett elendig lange Passwort, habe ich einfach so drin gespeichert in meiner Zwischenablage. Und kann damit jetzt natürlich weitermachen, wie zum Beispiel mich einloggen. Und ja, hier kann man zum Beispiel auch die URL dann sehen. Wir können hier auch einfach rechtsklicken machen und zum Beispiel die URL öffnen. Wir können sie mit Firefox öffnen, mit Firefox Private und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie auf Google müsst, dann könnt ihr direkt da hingehen. So, und ich habe das jetzt hier mal geöffnet. Und ja, wenn wir hier auf Google gehen und dann rechtsklicken und anschließend per Form Autotype machen, beziehungsweise STRG V einfach, dann können wir folgendes machen. Also ich mache das jetzt mal. STRG V öffnet quasi den Browser wieder für mich und gibt dann TUTZ ein. Und dort das, also ja, im Endeffekt natürlich, die Telefonnummer ist nicht da. Und hier wird dann theoretisch, also was das im Endeffekt tut, für Google funktioniert es leider nicht, ihr könnt das gerne mal so ausprobieren. Was es im Endeffekt tut, ist, es pastet, also erstmal den Username, das heißt, es schreibt uns TUTZ rein und dann drückt Tab, also quasi Tabulator, damit wir quasi eine Spalte weitergehen und dann gibt es das Passwort ein und dann drückt Enter. So, und dadurch loggt es euch in den meisten Fällen sogar vollkommen automatisch ein. Was echt ein cooles Feature ist, was ich sehr gerne mag, weil das Ganze natürlich den Workflow nochmal ein bisschen verbessert. Warum ich jetzt gerade hier übrigens Edge genommen habe, naja, ich bin natürlich in Google angemeldet gerade. Also, das ist logisch. So, und ja, dementsprechend meine Empfehlung für euch hier, wie gesagt, nicht gesponsert, das Ganze ist open source, kostet auch nichts und ihr könnt euch das einfach so gönnen. Eine wichtige letzte Empfehlung noch, habe ich vorhin schon mal angesprochen, gelegentlich mal STRG S drücken, ja, dann wird eure Datenbank gespeichert und dann geht ihr hierher und diese database.kdbx, ja, diese Datenbank muss jetzt irgendwie auch gebackupt werden. Das heißt, das Ding könnt ihr in eure Google Drive oder Dropbox Ordner reinschieben, wie ihr wollt. Das kann man nicht öffnen. Das ist intern eine Struktur, die auf XML basiert, aber wenn ich mir das jetzt hier angucke, sieht das so aus, ja. Also, damit kann man quasi nichts anfangen, das ist komplett verschlüsselt und wenn ich das knacken möchte, dann dauert das wirklich sehr, sehr lange beziehungsweise je nachdem, wie stark halt mein Passwort natürlich ist. Deswegen wählt ein starkes Passwort und sichert eure Datenbank am besten in der Cloud ab und ja, dann habt ihr eigentlich so ziemlich das Optimum, was ihr machen könnt. Gut, das war es von meiner Seite und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!